Hallo, hallo, hallo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Thank you 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 Right Thank you Thank you Thank you Hello Thank you 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 Yeah I think this is the best institution and this is the best for the actors because they are promoting actors and they are the well-wishers of actors. Sie haben immer wieder festgelegt, die performances und alle immer wiederkeitsgefahren. Ich habe immer wiederkeitsgefahren und bin sehr glücklich. Es ist so gut, und alles zu Schachir Ranjan und Anur Ranjan für so eine event. Was haben Sie in der Projekte mit Joll-Axis-Joll-Axis-Joll-Axis-Joll-Axis-Joll-Axis? Ich habe sehr viel viel Liebe. Es ist eine super Hitze. Es war die OTT-Joll-Axis-Joll-Axis-Joll-Axis-Joll-Axis-Joll-Axis-Joll-Axis-Joll-Axis-Joll-Axis-Joll-Axis-Joll-Axis. drawing und ich bitte. Wenn sie also. Big Boar 16? Oberle aller Verlteren sollt ihr? Wir haben keine arg abandoned ihren Freund somewhat, Books? Ich liebe die �ласen, aber ich werde für immersiäun. Ich liebe die Management, aber ich werde dann sicher dich das schön die in Athen. Let's see how it tastes. Thank you. Give me the mic. AITA has completed 22 years. How are you preparing for this? We are preparing for this. We are preparing for this. As you said, the Indian Television Award is the biggest award for our industry. We are preparing for this. We are preparing for this. We are preparing for this. Thank you. Thank you. We are preparing for this. We are preparing for this. Ich bin sehr nostalgisch über diese Award-Funktion, ITA speziell. Ich war 놀�anznach, Im erste Jahr, der Milde von ITA, für den I&B Minister der Aussage mit dem Sushma Shuaraz, und Shatrugan Sinai. Ich habe auch schon gemacht, auf der Stelle gewonnen. Ich habe noch nie gehört, dass es uns im Renaissance-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens. Und jetzt kommen wir auch. Wir haben auch die ganze Zeit mit der ganzen TV-Industrie-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens-Sens. Ich denke, es ist ein Festival. Ich habe schon über 20 Jahre gearbeitet, Ich habe 2-3 Jahre in I.T.A. Funktion gemacht und ich bin so glücklich, ich bin noch ein Teil von mir und ich bin noch ein Teil von mir und ich bin für die I.T.A. Funktion. Vielen Dank. 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 Yeah. And I mean, congratulations to her. She's a fabulous dancer. And I've probably seen some other performances of her before the show. And she's amazing. She's outstanding. Well, you know she's episodes of Tanahlaism. you see. Two little funny places. I do see. Well, I agree that she shows you're only female, but how she sees another Az作. hat sie so gewonnen. ich war das einfach als sie aus. Ich bin sehr froh für sie. Herzlichen Dank. Ich bin ein Pudi. Ich bin hierhergeleid. Ich bin ein Pannish-Hanob. Ich liebe Pannish-Hanob. Ich liebe ihn nicht. Ich liebe ihn. Ich bin ein Pudi. Ich bin hierhergeleid. Ich bin ein Pannish-Hanob. Ich bin ein Pannish-Hanob. So nice, Aramapuri! Thank you! Alright, thank you! Aranji, 22 years of ITA, which is a landmark number. It's a lot of years. Yeah, I congratulate that it has been a long time, IT is doing a good job, awards functions, and the television industry so I wish all the best andагoy. Thank you, thank you! Thank you, sir! Arus Ji, 70. Arungji, 20 years vão Billyわか es? Arungji, 20 years here Arungji, 20 years later Arungji, 20 year later Arungji, 21 years old Tlayrem이지 cool Ja, na? Ja. 22 years. I would say 22 glorious years of AIDA Awards. Number one for the fact that it's a major landmark. Television awards are very important because there are many great talent. Huge talent people proving their worth on television and then to be recognized. And this AIDA Awards was the first of its kind. When it came in, not many knew what television awards were. Suddenly AIDA Awards changed the game. And people yearned to be recognized by the AIDA Awards. And today I am privileged, I am honored that I am here at the 22nd year of the AIDA Awards. Also because of my friend Shashi Ranjan and Anu Ranjan who are trendsetters in a way by creating this brand called AIDA Awards. I wish them all the best. Sir, what would you like to say for D.I.T. when it's going on every now and then we can see a new episode of the new format. Yeah, it is. I would say as far as Sarega Mappa Little Champs is concerned. You know, I am one of the judges right now. And the TRPs of that show is huge. So obviously I have a feeling that AIDA Awards is suddenly going to recognize this great talent because not only for the judges but for the great talent that Z has come up with. Sarega Mappa Little Champs has tremendous talent. Tremendous singers. You know all the singers have become now household names. One is Dianeshwari. You know about her. You know about Aruhi. You know about Atharva. You know about Rafai Yasmin. You know about this little boy, Sikandar, Har Sikandar. And there are so many. So I am so excited to be here. And this moment belongs to AIDA Awards. This moment belongs to Shashi and Anur Anjan. And I wish them all the best. Thank you. Thank you. Anur, you have to say anything. Good. I just want to say something. I want to give Shashi and Anur to Mubarakbath. Before they conceived a child, they were a young kid that was a 22-year-old. AIDA Awards, their award has been very much in the industry and TV. Thank you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was sind Sie im Rennen? Was sind Sie im Rennen? Was waren Sie in Rennen? Was sind Sie im Rennen? Was sind Sie in Rennen? Nein. Nein? Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Es ist ein sehr glückliches Moment. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Wir haben alle gesehen, dass die Begründung und das Wichtigste. Ich bin froh. Ich bin froh. Vielen Dank. Da herrlich! Ich bin hier. Jetzt im Begriff? Hier haben wir drei. Wir werden hier. Hier ist der Begriff. Ich bin hier aufgeroll. Ich möchte dazu nicht ein paar Sachen machen. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr glücklich und ich bin sehr glücklich und heute bin ich hierher. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr glücklich und ich bin sehr glücklich und es wird weiter. Ich bin sicher, dass ihr einen Teazer sehen könnt, dass ihr sehr gerne möchtet. Denn es ist sehr viel Arbeit. Und ihr braucht nur die Blessings, wenn es ein Film release ist. Ist das die Realität der Show? Nein, ich glaube nicht, aber ich werde immer wieder sehen. Wenn du in der Jahrzehnte eine Wildcard-Entrie hast, dann hast du den Weg gemacht? Ich habe keine Idee, ich habe keine Idee. Aber wenn es passiert ist, dann ist es eine gute Sache. Was der Context ist, dass du dein Lieblings-Favorit hast? Ich finde Abdu sehr cute und Shiv, er ist auch sehr gut. Das ist nicht so, dass es nicht so ist. Es gibt verschiedene Leute, die in den verschiedenen Weeken performen. Ich sehe sehr wenig, aber wenn ich sehe, ich denke, dass es gut ist, dass es nicht gut ist. Aber ja, jeder ist gut. Was ist mit Nimrit? Ich habe auch gesagt, dass Biggboss nicht voll folgen ist, aber als er ein Captain war, war er sehr gut, dass er seine Kapitän-Ship nahm. Ich habe ein paar Folgen gemacht. Und ich habe auch mit Abduu gesehen, er ist auch sehr süß. Er ist sehr süß. das ist So I am missing my family here. But I am going to Goma to dinner with my family. For sure. Thank you. Thank you. Thank you. Aida, 22 years completion as a long journey. It's really amazing. Seriously. I remember when I was in Delhi, I used to watch the theater. And I used to go to it. And I used to get to it. And I used to get to it. And I used to give my best wishes. This is really amazing. Where are you from 22 years? I don't know. And every year, it's a grand year. So this is really amazing. Would you like to share any of your projects? Actually, I will shoot my next one. Cargast 2. This is where Satish Kaushik has produced. They are also doing work. And they are also doing work. And they are doing work. After Kashmir Files, he was made in Kashmir Files. He was made in Kashmir Files. And he was playing my father's role. This is a social media film. Which will be almost complete. And I am very excited. That it will come out very soon. And hopefully, like Kashmir Files, if you love me, you will find me. That's it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.